Und herzlich willkommen zu Magica Panama 2 mit der Karte! Hallo! Und... Aua! Und hier sitzen die alten Babus. Hallo, was geht ab? Hallo! Wie seid Babu? Da hinten ist ein Buch, glaube ich. Oh, 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 oh! Ich breite! Guck mal, ich halte dich sogar, so nett bin ich. Oh, ja! Da hinten ist es! Oh, ja! Oh, ja! Hier haben wir den, den da hinten! Ehehe, da hinten! Und das? Bluffkasten, oder? Was ist das? Das ist halt Spam. Blitz und Feuer kombination ist am besten! Oh mein Gott, da liegt eine tote Kuh! Oh, oh, oh! Ein Pferd, oder, ne? Ne! Hallo Aua Was hast du denn gemacht? Du hast mich geschubst Aber ich gar nicht Ja schon wieder Nene Ich hau jetzt ab Tschüss Ja war du Der kam irgendwie umgebraten Ich kriege keine Luft mehr Alter Oh Gott Ist es War mir das schon oder was? Ja nochmal Na toll Ich kriege den aufgehauen Möchtest du mal stehen? Die Kamera bewegt sich mit Ja 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 Aua Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch! Jetzt drück erst W A, W A, W A! Und in der Taste. In der Taste? Geht das? Geht nix. Geht nix. Guck mal. Da muss ja irgendwo wiederbeleben sein. W A, W A. Moment. W A. Moment, ich kann gar nix machen. W A. Oh man. Leere Taste. Doch jetzt. Juhu. Hey. Ja und? Oh. Ich bin allgefroren! Ha 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 Ha, I m hihihi. Danke schön. Danke schön. W E men? Ahhh Gott. Mann Mann! Boah! Wuschi! Da! Ah, zurück! Nicht getroffen! Oh, Checkpoint, Checkpoint! Checkpoint! Dankeschön! Hmhm! Boah, ich hab nur 3FS hier! Das gibt's ja nicht! Na und? Ach ne, 60! Warte, hier gibt's noch ein Event! Boah, guck mal, ich bin die Nachsicht-Hopfe! Ah! 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 Willst du nicht töten? Ah, Hilfe! Ja! Was ist denn der Keller von dir? Äh, ausgewandert. Okay. Hat dieser gar keinen Keller? Äh, Keller. Hallo! Oh! Racken wir sich gegen. Let's go! Slow motion! Oh, schön! Sind alle schon weg? Oh, hallo! Die haben mich! Ah, voll, das Gerät gesehen von dir jetzt. Oh, das ist das. 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 Oh, das erste Männchenlegge. Also richtige Männchenlegge. Hallo Björn. Oh. Unkrieger Waldtroll. Nein! Oh. Ah, die hat den Hauptmann getroffen. Ah, die haben gar nichts verloren. Was, wo bin ich? Ach da. Ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe alles halt wirklich gedreht. Mach es kaputt, mach es kaputt. Abbott! Eh. Äh, wir haben Biona redest. Sinkongi? Sinkongi, Herblojio? Ja. Daaa! Träger! Du musst den Spatz in die Hand sein! Du musst den Spatz in die Hand sein! Du gehst! Ich glaube schon seit drei, vier Jahren nicht mal gezockt. Angriff der Grobkrieger. ...setzten unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise fort. Ihr Leidstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Flagler, der nie im Leben ein Vampir ist. Als sie den Fonskogurwald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Oh, ein schönes Bild. Ja, irgendwie ist die Form von Volkana oder was? Tja, ich habe halt die Special-Bilder. Hey, da sind Leichen. Oh Gott. Fladimir. Oder wie der heißt, ne Fall. Wie hältst du das, wenn du den Superlegger wachst? Ja, mach weiter. Belang Pause. Was? Ja. Warst du lang Pause zwischen den Sätzen, äh, Abschnitten? Hallo? Hallo? Er ist tot. Ich brenne! Du brennst! Zalalalalalalalalala. Oh, da liegt ein Buch in der Hunde. Bei dem Versuch ist gerade geformt. Ich habe so... Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Ich bin auch verstanden. Was haben wir denn da? Regen. Ey, geh raus! Ich geh dann Regen, äh... Was ist das in der Luft? Luft! Achso. Hä? Aua! Lass mich durch! Komm mal da rein! Und er holt sich einen runter! Mach die Tür auf! Arschloch. Alter Schlawiner! Da! Ich... 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 Freuich! Geh... Leg ich in Feuer rein da! Warte! Alle! Äh... Hier! In a rap-a-dap-a-easy-piece! Ich komm' damit nicht klar! Ich komm' damit nicht klar! Oh, nee! Wat der Quack! Oh, nee, ein Batrose, Ghostlands! Das sind doch sowieso Hobbit-häuser! Yeah, irgendwie schon, ne? Äh... Der hat ein Schatz dabei! Ein Schaatz! Ach, nur zum Feuer ich das? oh hat er mich geröstet tut mir leid du wolltest dich geröstet ey ey caramba warte von mir eyyoo eep oh warte warte ja cool komm mit ja du bist doch äh ähm oh oh wo ist denn da runter da gehts nicht runter eigentlich nicht ah es schmelzt schneller ich bin eingefroren wiii äh gut aber wir müssen leider beenden was joo ich spiel sowieso nicht so lang deswegen müssen wir mal so wie bei Dead Island die Parts machen gut das war Part Nummer 2 bis zum nächsten mal ja Oh